Heidenau Heidenau zeigt sich von seiner grünen Seite. Zum Pflanzenmarkt lud die Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft alle Heidenauer auf den Marktplatz ein. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zur Bepflanzung ihrer mitgebrachten Blumenkästen vor Ort. Mit Frühblühern, Balkonpflanzen und Stauden können sich die Heidenauer einen farbenfrohen Frühling bescheren. In allererster Linie wollen wir dafür sorgen, dass Heidenau schön aussieht. Wir wollen das Stadtzentrum begrünen. Wir wollen, dass unsere Balkons schön gestaltet werden. Wir wollen für die Stadtzentrumsbelebung was tun, deswegen der Pflanzenmarkt hier auf dem Markt. Und wir sind als städtisches Wohnungsunternehmen mit dafür verantwortlich, dass hier Leben in der Stadt ist. Kurz nach der Eröffnung des Pflanzenmarktes bildeten sich am Stand der WVH bereits Schlangen. Mit Rabattcoupons konnten die Mieter preiswerte Geranien und Studentenblumen erwerben. Gartenexpertin Helma Bartholomé gab am WVH-Stand eine Pflanzensprechstunde für alle Hobbygärtner. Sieben regionale Gärtnereien boten außerdem ein umfangreiches Sortiment an Gehölzen, Kräutern und Gartenpflanzen an. Die meisten der Händler sind Stammgäste auf dem Pflanzenmarkt. Bisher war es eigentlich immer ganz gut hier, kamen also viele Leute. Diesmal sind noch mehr Stauden und Gehölzen mit dabei, aber eigentlich war es immer eine gute Sache. Ich hoffe, dass viele Kunden hierher kommen, dass wir natürlich gute Umsätze machen, dass die Kunden vor allen Dingen zufrieden sind. Zufrieden konnten die Gärtner auch sein, denn trotz des bewirkten Wetters bescherten ihnen die Heidenauer ein gutes Geschäft. Bei ihnen konnten die Marktbesucher weitere Tipps zur Pflege ihrer Frühblüher erhalten. Am Stand der WVH bepflanzten tatkräftige Mitarbeiter Blumen- und Balkonkästen der Besucher. Diese nahmen den Service gern in Anspruch. Sehr schön, also kommt alles sowas, was man für einen Garten braucht. Ich habe schon einige Sachen bekommen. Ne, das ist eine super Sache. Dass jetzt gleich mit Pflanzen mit wird. Wir haben es einfach vor, wenn die Kalken hätten gehen müssen. Es wird ja auch getragen, die Pflanzen. Wunderschön, das kannst du sowieso unterstützen. Ich habe keinen Garten, ich gucke bloß mal und freue mich an den vielen Blumen und Pflanzen. Und ansonsten ist schon ganz schön viel los. Einige Heidenauer nutzten den Markt zum Flanieren und Bummeln. Für Organisatorin Sibylle Kunsch ist die Belebung des Stadtzentrums eine wichtige Aufgabe. Am Ende des Tages zog Sibelanz über den Pflanzenmarkt. Wir sind zufrieden. Heute früh standen die Leute Schlange. Das Wetter hat durchgehalten, es regnet nicht. Und die Gärter sind alle zufrieden. So optimistisch kann Kunsch auf den kommenden Pflanzenmarkt blicken, dessen Konzept sie gerne beibehalten möchte. Die grünen Akzente werden sich sicher schon bald in den Vorgärten und auf den Balkonen widerspiegeln.